Vanille, Haselnuss, Amaretto. Drei von vielen Geschmacksrichtungen, mit denen man aus einem Kaffee einen interessanten Cocktail gestalten kann. Und damit herzlich willkommen bei Rundum Genuss. Heute aus unserem Jurastore. Im Rahmen des ersten Klagenfurter Rundum Genuss Events erwartet Sie hier eine Vielfalt unterschiedlicher Kaffeekreationen. Vom klassisch, kräftig und vollmundigen Espresso, über einen cremigen Flat White bis hin zum Mozart-Café. Oder wie wäre es mit einem Kolpko? Alles möglich am 6.5. beim ersten Klagenfurter Rundum Genuss Event. Lassen Sie sich inspirieren. Hier in der St. Pfeiterstraße 98, Ecke Durchlassstraße in Klagenfurt. Ich freue mich auf Ihren Besuch. Ich freue mich auf Ihren Besuch.